Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video befassen wir uns mit dem Thema Vertretung. Eine Vertretung wird dann benötigt, wenn ein Mitarbeiter für einen bestimmten Zeitraum ausfällt und durch einen anderen ersetzt werden muss. Vor und nach dem gewählten Zeitraum soll weiterhin der ursprüngliche Mitarbeiter stehen. Die Vertretung richten wir ein wie folgt. Vom Vertretung ordnungsgemäß funktioniert, muss im Vorfeld natürlich auch der Mitarbeiter angelegt werden, der die Vertretung übernehmen soll. Hier ist das noch nicht gemacht, daher erstelle ich mir ein Duplikat des Mitarbeiters und passe dieses entsprechend an. Hierbei zu beachten ist, dass die Arbeitszeiten korrekt eingetragen sind und auch das Terminplanraster dem des Vorgängers entspricht. Hier im Punkt Arbeitszeit legen Sie das Raster fest sowie die entsprechenden Arbeitszeiten der Vertretung. Ebenso muss der Terminplan-Spalten-Typ mit dem des Vorgängers übereinstimmen. Die Einstellungen dafür finden wir in der Lasche Weiteres. Näheres zur kompletten Neuanlage eines Mitarbeiters finden Sie im entsprechenden Video dazu. Sind beide Mitarbeiter erfasst, rufen wir den zu vertretenen Mitarbeiter auf und gehen im Menü auf Nachfolge. Hier können wir zwischen Nachfolger und Vertretung wählen. Näheres zum Punkt Nachfolge finden Sie ebenfalls in einem der anderen Videos. Bevor wir die Vertretung allerdings durchführen, empfiehlt es sich generell eine Datensicherung anzufertigen. Haben Sie das getan bzw. ist diese aktuell, wählen wir Vertretung und können nun festlegen, welcher Mitarbeiter die Vertretung übernehmen soll. Darunter legen wir den Zeitraum fest, für welchen die Vertretung im Terminplan eingetragen werden soll. Abschließend gehen wir auf Ausführen. Somit wäre die Vertretung für den gewählten Zeitraum im Terminplan eingetragen, allerdings noch mit den Arbeitszeiten des vorherigen Mitarbeiters. Um die Arbeitszeiten der Vertretung einzutragen, müssen wir auf Terminplan Verwaltung und Arbeitszeiten korrigieren. In den Datumsfeldern tragen wir den Zeitraum der Vertretung ein und wählen darunter den entsprechenden Mitarbeiter aus. Damit ist die Vertretung nun vollständig durchgeführt und im Terminplan sehen wir zum Stichtag den Wechsel vom alten Mitarbeiter auf die Vertretung. Am Ende des Zeitraums entsprechend den Wechsel zurück auf den ursprünglichen Mitarbeiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.